Das ist übrigens meine Moderatorenkarte, also jeder Moderator braucht natürlich auch eine Moderatorenkarte und so auch ich. Also herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Luke Matheisen Entertainment in ungewohnt neuer Position. Aber das Video wird auch heute mal einen, ich sag mal, abweichenden Content vom regulären Content haben, wird euch aber sehr viel Aufschluss über meine Hintergründe und meine Motivation und über meinen Content und weitere Details zu mir geben. Worum soll es heute gehen? Es sollte insbesondere um zwei Aspekte gehen, auf die ich sehr viel Wert lege und die auch die Begründung des Kreierens meiner Videos sind, nämlich Authentizität und Ehrlichkeit. Und das bringt mich auch schon zum ersten Punkt. Warum mache ich YouTube? Weil ich eben genau das sein kann, authentisch und eine ehrliche Meinung widerspiegeln kann. Warum kann ich das? Kommt gleich zum zweiten Punkt. Weil ich keinen einzigen Cent mit YouTube verdiene. Ich mache das rein aus privatem Vergnügen und nur so, wie es mir passt und auf was ich Bock habe. Ich habe keine Abhängigkeiten zu irgendwelchen Personengruppen oder zu irgendwelchen Firmen oder im Kontext von Produkttestungen entsprechende Meinungsabhängigkeiten. Ich bin völlig frei und kann somit 100% Authentizität in meinen Videos garantieren. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich das mache und warum es mir so viel Spaß macht. Wie gerade erwähnt, verdiene ich absolut nichts mit YouTube. Ich habe noch nie was damit verdient. Mein Kanal ist nicht monetarisiert. Ich habe keinen Patreon-Account, nichts mit Spendenlink und so weiter. Alles Equipment, was hier steht, ist absolut eigenfinanziert. Auch hier keinerlei Abhängigkeiten oder Verpflichtungen, Vertratung zu dritten. Ich bin komplett frei und das macht mich sehr, sehr happy. Und das wiederum bringt mich zum dritten Punkt. Wie sind meine Prioritäten verteilt? Ich habe ja gerade gesagt, dass all das eigeninvestiert ist. Und ich würde schon behaupten, dass sich jeder denken kann, dass so ein Rig und so ein Setup gerade beim Simracing ein bisschen was an Geld erfordert. Das bedeutet, wenn ich mit YouTube kein Geld verdiene, muss ich also einen anderen Job haben und den habe ich. Und das ist auch die allererste wichtigste Rio in meinem Leben nach meinem privaten Privatleben. Das ist mein Hauptjob. Der bindet mich teilweise zwischen 8 und 10 Stunden pro Tag, je nach Auslastungsphase. Mein Job macht mir mittlerweile nach fast 20 Jahren immer noch so viel Spaß wie am Anfang. Und das ist meine absolute Priorität und auf diesem Job basiert all das. Also ich fasse nochmal zusammen. Prio 1, privates Privatleben. Dazu zählt auch nicht das Hobby, sondern wirklich privates Privatleben. Prio 2, verpflichtend der Hauptjob. Steht vor YouTube und vor Discord und vor everything. Was bedeutet das dann im Umkehrschluss? Was könnt ihr von mir erwarten? Erwarten könnt ihr von mir auf jeden Fall weiterhin, hoffentlich unterhaltsamer, aber 100% authentische und ehrliche Videos. Wenn wir uns irgendwann mal irgendwo treffen sollten, meine Lieben, dann werdet ihr keinen Unterschied zu meinen Videos sehen, weil das ist genau das, was mich widerspiegelt, was den Menschen hier hinter dem Mikrofon ausmacht. Das kann ich euch absolut versichern. Was können meine Abonnenten, Zuschauer und Community-Mitglieder dann im Umkehrschluss nicht wirklich von mir erwarten? Ich mache jetzt mal ein ganz übertriebenes Beispiel, dass ich 24x7 im Discord sitze und auf Anfragen warte und zu jeder Sekunde eine ausreichende Unterstützungsleistung bei der Installation von Mods, bei dem Einstellen von Simulationen, von Grafik, von Lenkradeinstellungen, dass ich da unterstützen kann. Was nicht bedeutet, dass ich nicht gerne helfe und selbst gerne aktiver Teil der Community bin. Ich helfe sehr, sehr gerne und freue mich immer, wenn ich helfen kann. Aber es muss im Rahmen meiner Prioritäten zeitlich passen. Das bedeutet, dass ich jetzt nicht auf jede Anfrage, die ich privat auf Discord bekomme, zu irgendwelchen Fragen von Mods, die auch nicht von mir kommen, sondern die ich selbst nur benutze, die ich natürlich nicht immer umfassend oder sofort oder ausreichend informativ beantworte. Viel mehr Sinn macht es ohnehin bei solchen Sachen, die öffentlichen Kanäle auf meinem Discord-Server zu nutzen. Denn dort gibt es Kanäle für jede Simulation, für Technikfragen und, und, und. Und meine Community ist wirklich eine sehr, sehr hilfreiche und auch wissende Community. Und natürlich macht es viel mehr Sinn, solche Anfragen in den entsprechenden Simulations- oder Technikkanal zu stellen. Denn dort sind einfach viel mehr Leute und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich aufgrund dessen viel höher, dass ihr dann entsprechend eine hilfreiche Antwort in schnellerer Zeit bekommt. Letztlich ist es so, dass eventuell noch mehr Leute die gleiche Frage haben, die ihr mir privat stellt. Es wäre ja allen geholfen, wenn die Frage dann in der Community einfach diskutiert würde und alle davon profitieren können. Also da einfach mal, ja, mehr oder weniger die Sinnhaftigkeit von privaten Nachrichten eventuell hinterfragen, was nicht heißen soll, dass ihr mir keine Nachrichten privaterseits schicken dürft. Es liegt ja mir, ob ich darauf antworte oder nicht. Noch ein abschließendes Wort zu Authentizität und YouTube-Videos. Des Öfteren bekomme ich die Frage, ob ich nicht vielleicht mal ein paar YouTube-Videos auf Englisch machen möchte. Die klare Antwort lautet hier Nein. Nicht, weil ich nicht vielleicht Englisch könnte, sondern weil es eher so ist, dass ich meinen ganz eigenen Videokarakter unter der Verwendung einer Fremdsprache komplett vernachlässigen würde und das Video einfach nicht mehr dem entspricht, wie ich mir vorstelle, Content zu machen. Es gibt aus meiner Sicht, wenn ich YouTube konsumiere, nichts Schlimmeres, wenn nicht englisch sprechende Content-Creator versuchen, auf Biegen und Brechen englische Videos zu produzieren, die ihren ursprünglichen Charakter völlig verlieren, sondern nur eins transportieren, wie sehr man sich gerade in dem Moment auf Englisch konzentrieren muss. Es kann wirklich jeder so machen, wie er es für richtig hält. Ich muss das ja auch nicht gucken, aber ich habe dazu eben genau diese Meinung. Und das bedeutet auch im Kontext nochmal von Knut und Authentizität, mein Content wird für immer deutsch bleiben, weil das meine Videos ausmacht. Auch unter der Prämisse, dass ich eventuell nicht so ein großes Publikum anspreche, aber wir hatten es ja am Anfang schon geklärt, die Masse meines Publikums und meiner Zuschauer spielt für mich keine wesentliche Rolle, weil YouTube keinen finanziellen Impact auf mich hat und ich auch keine, ich sage mal, charakterliche Eigenschaft habe, die meine Laune insofern bestimmt, ob ich jetzt viele Abonnenten habe oder wenige, ob ich jetzt viele Community-Mitglieder habe oder wenige. Das hat keine Auswirkung auf mein persönliches Empfinden. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieses kleinen und ich hoffe doch sehr informativen Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen einen Einblick gewährt in meine Motivation und Hintergründe. Vielleicht gibt euch das die Möglichkeit, mein Denken und Handeln, meine Kommunikation auch besser zu verstehen. Das ist einfach der Grund für dieses Video. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelches Feedback, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten lasst mir auch gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine Lieben und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder in einem Video sehen, wo ich natürlich wieder ins Lenkrad greifen werde und ihr meine authentische, ungefilterte und ehrliche Meinung zu den Eindrücken, die ich dort vernehme, erfahren werdet. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss. Auf Wiedersehen.